Musik Ein letztes Mal ist er bereit für seinen Start im Weltcup. Talo BZ. Der 18-jährige Hengst hat über 2 Millionen Euro gewonnen, siegte dreimal im großen Preis von Leipzig und war hier auch Sieger im Weltcup-Finale. Ein ganz besonderes Pferd. Was ihn sehr besonders macht, ist sein Verhalten im Stall und im Parcours. Er ist das liebste Pferd, was man sich vorstellen kann. In der Box, im Umgang, ist extrem ruhig und lässt sich nicht aus der Bahn werfen. Man kann mit ihm schmusen und sieht nicht so wie der große Zuchthengst aus. Im Parcours ist es genau andersrum. Er ist wie ein aufgemotzter Sportwagen, der mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurven rattert und die Sprünge frisst, halt total das Gegenteil. Und das macht ihn wirklich besonders. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verabschiedet sein Reiter Christian Ahlmann den Hengst aus dem Sport. Einmal noch kann man ihn hier sehen. Am Sonntag von Partnerpferd sagt Talo BZ Tschüss und Goodbye. Am Sonntag von Partnerpferd